Venier ist eine italienische Patrizia und Hochadelsfamilie. Geschichte Die Familie ist eine der ältesten der Stadt Venedig. Anderen Legenden zufolge stammte die Familie ursprünglich aus Vicenza, anderen Überlieferungen zufolge von der Gens Aurelius. Die Venier treten jedoch spätestens im 11. Jahrhundert urkundlich in Erscheinung und gehörten zu den neuen Familien, den Case Nuove. Nach dem vierten Kreuzzug erhielten sie die Herrschaft über die griechische Inseln Chiara und Paros. Und mit den Geschlechtern Dera von Martin Engo und Laien, die Burgen von Zemunik Donji in Dalmatien und Sanguinetto in Venetien. Die Gemeinde Vinjerak in Dalmatien war seit 1409 als Eigentum der Familie urkundlich belegt und nach ihr benannt. Ein Zweig der Familie zog nach Kreta, welches unter der Herrschaft der Republik Venedig stand. Teile der Familie beteiligten sich am Aufstand der venezianischen Siedler auf Kreta, dessen Anführer Tito Venier wurde. Die meisten Venier in Venedig blieben jedoch treu und weiterhin im Dienste der Republik. Aus ihrem Kreis stammten drei Dogen und militärische Persönlichkeiten, sie betätigten sich auch im kulturellen Bereich. Nach dem Sturz der Republik Venedig wurde der Adelsstand jedoch mit allerhöchstem Beschluss vom österreichischen Kaiser bestätigt. Das Diplom des österreichischen Grafenstandes wurde erteilt. Als eines von 64 gräflichen Geschlechtern hatte die Familie einen erblichen Sitz im Herrenhaus dem Oberhaus des Reichsrates. Bedeutende Persönlichkeiten. Die Venier stellten mit Antonio Venier, Francesco Venier und Sebastiano Venier drei Dogen sowie 18 Prokuratoren und eine Reihe von Admirälen. Cecilia Venier-Bafo wurde später unter ihrem osmanischen Namen nur Banu zur Valide Sultan und somit einer der mächtigsten Frauen ihrer Zeit. Die moderne Künstlerin Lydia Venieri stammte aus der griechischen Linie der Familie ab. Besitztümer Die Familie besaß in Venedig und der weiteren Region mehrere Besitztümer, darunter der Palazzo Venier da Eleoni, der Palazzo Manfrin Venier und der Palazzo Venier Contarini in Venedig. Die Kirche von San San Degula in Venedig reicht bis ins 8. Jahrhundert zurück. Der Bau wurde durch eine Stiftung der Familie gefördert, die in der Nähe einen Palast hatte. Die Kirche von San Degula in Venedig